Musik Rot, rot, rot sind alle meine Kleider Rot, rot, rot ist alles, was ich kann Du mir bekommst, was so rot ist, will mein Schatz, wenn los verhandle ich Wollt ihr Hosen kaufen? Ja, Herr Plättli, jawohl, Herr Plättli, bitte sofort, Herr Plättli Majestät, wie geht es Ihnen heute? Furchtbar, Sie haben mich so gerne, die mich dann zugeschickt Wir wollen von Rosenrot und beim Malen sind sie unser Tod Und beim Malen kann ich weniger Hilfe brauchen Schliesslich sind Sie ja der Prinz, geh mal Ich bin so satt, so satt, immer erbeten Sie mich Ich kann mir auch nichts sagen So ist das mit dieser Emanzipation Ich würde so gerne fortführen Mit ihr? Es gibt einen Ort, wo wir Männer frei sind Ja Ja Schmackel ins Wasser Ula Jeder Schmackel Tief Tief Einen Obliss саun Will kein Mann mehr Vorstuhauen Frauen nicht zu sagen Sie sind sie keine Frauen dort herrscht der Mann von Politik Die Liede ist von Leica In Leica, in Leicaик tauschen Das Ich bin freienuta In Leica, in Leica式 Das Leica attendance Das Nun was von Weihnachten Leica, 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 leica latez Leica, 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 leica datez Ich bin mein schönes Woh Es rätt grobe mein Ehrenwort Mit Frauen nichts zu melden Sie melden noch die Hälte, es liegt doch sehr, wie die Antarktik, die Ritte ist von Dreyfrau. Hey, Dreyfrau, 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 Dreyfrau. Hey, Dreyfrau, Dreyfrau. Herzblatt! Ja, mein Herzblattchen, komm, wo du hinkommst, du hinkommst, du hinkommst dich auch. Das Lied ist doch schon 500 Jahre alt und das gelandet vielleicht noch keiner, oder, Frauen? Nein. Ach, ich finde, jeder hat so gedacht, es sollte noch ein Korrektverschrift werden. Könnt ihr mir erklären, wieso ihr die Rosenrot anmalen? Ach, dein Gesicht oder so. Wir sollten einmal rote Rosen platzen, doch wir haben uns versehentlich. Du hast versehentlich. Gut, ich habe uns versehentlich bis sie geflatzt. Wenn sie das merkt, bevor wir fertig werden, werden wir... Wie bist du? Hey, ja, durch einköpft, das liegt sie nämlich. Ja, das weiss ich doch schon lange. Darum geben wir uns die grösste Idee, um fertig zu werden, bevor sie kommt. Sie kommt, sie kommt! A sue clubel, a sue clubel. An zu schnaufe, starren何en von k glands texen, Heu es dich, auch des Academy, un dangerous lustwünschte käme. Und bei mir ohne Google weltweit kann, Was ist mit Ihren? Wieso wird es Zeit damit aus dem Boden wenig einmarschieren? Wenn es keinen Sinn macht, Frau Kaligin, wenn ich mich bei Ihren einmarsch mit dem Gesicht aus dem Boden wirft, dann kann ich sie ja gar nicht sehen. Sie ist ein vorwitziges, respektloses Ding. Kann sein. Und ausserdem hat es niemand nötig, sich vor anderen in Städten zu helfen. Ich glaube, es weiss wohl nicht, mit wem du es redest. Ich weiss zwar nicht, wer es ist, aber ich heiss es. Du hättest wirklich ein hübsches Köpfchen für meine Sammlung. Sie haben mir ja schon lange einen Kapfel abgeschlagen. Dann weiss ich nicht, wieso du immer noch auf deinen Schultern trägst. Wache, schläg dir in den Kapfel! Was habt Ihr Haar lassen mit meinen schönen, weissen Rosen gemacht? Ihr habt sie verdorben und erhört! So fährt sie eine ungewöhnliche, ganz besondere Strafe, die noch nie da war. Nämlich? Wir schlägen dir die Köpfe! Du hast deinen Kopf ja auch noch, damit sie dir dein Hals regnet! Wir gehen jetzt um die Klocken zu spielen. Und weil ich heute so gut aufgelöst bin, lasse ich mal Gnade warten. Alice, auch du darfst mitspielen. Und bin ich nicht mit gnädigen, liebenswürdigen Regentin, bin ich nicht herzig! So, jetzt können wir die Klocken zu spielen! Du bist ein Bössi! Oh, mach! Du bist ein Bössi! Okay! Und dann bringもの auf! Vielen Dank.